Das Orchester begeistert mich und da muss ich einfach hier sein. Es ist interessant, so die einzelnen oder ein paar der Leute kennenzulernen. Es ist interessant, bei der Probe dabei zu sein. Ich habe gerade durch Jörg erfahren, dass er alle unsere Konzerte von den letzten Jahren zugehört hat. Und dann entwickelt sich eine Art Beziehung. Es ist super schön, wenn man spielt für Leute, die man kennt. Man möchte den Spaß sehen, den die Musiker dabei haben. Genau. Und das ist etwas ganz Richtiges. Ich weiß, dass bestimmte Leute im Publikum sitzen, dann widme ich irgendwie mein Solo an dem. Das ist das, was mich an diesem Orchester so fasziniert. Die Atmosphäre, die rüberkommt. Und das ist auch so etwas, was ich immer haben möchte, wenn ich in ein Konzert gehe. Das ist das, was ich immerاخ maar habe. Vielen Dank.